Das ist der Cube. So, das ist die Frage, wie baut man den? Gut, dazu... Moment. Da brauchen wir erstmal ein paar Grundelemente, und zwar das hier. Das ist das da. Dann benötigen wir noch. Das stellen wir dann wiederum so auf. Das bauen wir dann so drauf. Na? Ey. So. Dann so. Das ist das, dann das. Und ihr habt wieder einen Baudingens da geschafft. Ja, das war die Cube. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's für mein Liefer. Ich habe das.